willkommen zu einer weiteren folge meistering monsters auf diesem kanal leute wir platzieren in diesem video die kariotur und das ist so ein dudelsack monster mit dem dudelsack sound und ich würde sagen wir quatschen hier nicht um den heißen paar herum let's go kariotur genau vier elemente hat das kategorie magisch sieht sehr sehr nice aus wie finde so da ist am start so okay erst mal platzieren und ich würde sagen erstmal irgendwie irgendwo passiert ziemlich egal wohne einfach mal da okay ich glaube er kommt erst mal noch nicht 20 james gibt es auf jeden fall dazu und genau mal gucken wann er kommt so sind wir mal gespannt okay sieht gerade nicht so aus oder okay okay noch nicht so ich überlege gerade ich überlege gerade was ich als nächstes nehme ich würde sagen die bonkers einfach noch so wie die bonkers heißen auf englisch glaube ich klopfer geiler name ich glaube den ihm jetzt nächstes und dann schauen wir weiter ne na na ja noch kommt er nicht aber ich glaube gleich kommt er ah jetzt was das schon oder kommt er gleich wieder ist das ist die frage jetzt gerade oder müssen wir wieder gefühlt zwei minuten warten na ja auf jeden fall keine ahnung ich habe auch überlegt klack zu nehmen aber immer immer vergesse ich das vielleicht nehmen wir auch als nächstes klack oder ich muss es mir noch durch den kopf gehen lassen klack oder die klopfer ich wollte schon wieder bonkers sagen weil die auf englisch halt so heißen und um halt die ganzen zuchtkombinationen zu finden auf der normalen inseln muss man die englischen begriffe wissen also die englischen namen und genau zum züchten und so weiter und auch um halt die ganzen grafiken runterzuladen für meine thumbnails die man runterladen darf und ja ich würde sagen leute hiermit werde ich das video war ein sehr kurzer sound aber auch ein ziemlich schöner sound auch wenn es wirklich nur ein paar sekunden waren oder so maximal vielleicht so drei vier fünf sekunden und ich weiß gar nicht ob er noch mal kommt gleich ich denke mal nicht und ich würde sagen das war es mit dem video und bis nächstes mal ciao bis zum nächsten Mal